Für mehr Lebensqualität, weil die Gase euer vermarktet, wohnen und mein Name ist Markus Gerber. Ihr braucht sehr viel Platz und habt gerne einen eigenen Terrasenplatz, wo eure Kinder draussen spielen können. Und ein Keller, der sehr gross ist, damit ihr auch euer Hobby ausleben könnt. Das ist aber noch lange nicht alles von dieser ganzen Geschichte. Die Liegenschaft ist im Zentrum von Spiez und wird auch von optimalen Schlossen und ihr könnt das Auto zu Hause lassen. Eine Lagerhalle, die zum Teil vermietet ist, wie auch die Parkplätze bei der Lagerhalle. Ihr habt bereits Mieteinnahmen im Jahr von 16'800 Franken. Und das ist doch schon ein schöner Beitrag an die jährlichen Kosten der Liegenschaft. Ihr habt Fragen oder Wünsche der Besichtigung? Für eure Lebensqualität stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Wünsche auf der Mitte und Top 15 geht. Was ist das fürfältig? Was ist das für ein Teil? Was ist das für ein Teil? Warum ist das? Wir haben uns immer einen Teil. Wo ist das Teil? Was ist das für ein Teil? Ich hätte es für ein Teil. Ich hätte vielleicht eine Menge, oder? Und wenn man die Arbeit ist, wenn man die Care? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020